Okay, die Systemchecks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. We São Eltern faith haben, ich will die Bremsenfrowe, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Untertitelung des ZDF, 2020 Benzin ist beim Planziel Plus 3, umstellen auf Mischung 3 so bald wie möglich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, alles klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, alles klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Okay, gehe sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Losfahren, losfahren! 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 Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Boy, holen wir ihn! Benzin? boysão! Bitte glaubar! Untertitelung. BR 2018 So, der Abstand zum Teamkolleg liegt bei 46,1 Sekunden. So, der Abstand zum Teamkolleg liegt bei 47,1 Sekunden. So, der Abstand zum Teamkolleg liegt bei 47,1 Sekunden. So, der Abstand zum Teamkolleg liegt bei 47,1 Sekunden. So, der Abstand zum Teamkolleg liegt bei 47,1 Sekunden. So, der Abstand zum Teamkolleg liegt bei 47,1 Sekunden. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 21,4 Sekunden. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 20,4 Sekunden. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 20,4 Sekunden. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 20,4 Sekunden. Wir haben einen Überschuss an Benzin, der uns langsamer macht. Stell uns auf Benzinmischung 3 und gib etwas mehr Gas. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 20,4 Sekunden. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 18,2 Sekunden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt, sind bald wieder am Plansiel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Wir erwarten, dass die Reifen jetzt langsam Abnutzungserscheinungen zeigen. Der Grip lässt eventuell etwas nach. Sie sollten aber noch eine Weile durchhalten. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Los mit weichen Reifen weiterfahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Frontflügel hat ziemlich was abbekommen. Besser du kommst baldmöglichst an die Box, bevor es noch schlimmer wird. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Blaue Flagge, blaue Flagge. Bestätigt, du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Fahr raus, fahr jetzt raus. Sei gut zu diesem Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Blaue Flagge, mach dem Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Ab in den pseudo Rennen. Ab in den kurzem weh,不能 wques. Denkbau vor sich, mach dasen. Belärop TV ist durch ein p discriminator erging. Passt positiv einzahlen. Über unseren Reden auf die alten Leute ger studen. cool shotblick. Motivation hat sein, mir läuft der Zeit, obolo Quadras tucken. Soll das Mischung müssen wir mir. Gelten wir 100% kümmern. оп interesant noch nicht? Vin Est auch ein Sprügel. coke wid. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Blaue Flagge Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Blaue Flagge Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Blaue Flagge Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Blaue Flagge Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Blaue Flagge Der Fahrer hinter dir ist auf der Strecke und hat auf weiche Reifen umgestellt. Blaue Flagge Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Blaue Flagge Blaue Flagge Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Blaue Flagge Blaue Flagge Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Blaue Flagge Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb am Wagen verloren. Komm an die Box, dann verpassen wir dir einen neuen Frontflügel. Safety Car Safety Car Kein Überholen Langsamer werden Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Okay Box Box Wir passen die Strategie an. Komm diese Runde rein. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Box! Box! Box Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Box 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 Box